Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es wieder mal darum wie wir alte Betriebssysteme auf unserem Rechner installieren und zwar unter Zuhilfenahme von VirtualBox. Ich habe dazu eine Zuschauerfrage erhalten zu Windows 95. Ich habe schon einige Videos zu diesem Thema gemacht, allerdings sind die Videos schon wieder ein paar jährchen alt und wir machen das Ganze heute mal hier über Windows 10. Fangen wir also erstmal damit an, was wir dafür brauchen. Wir brauchen natürlich Windows 95 OSR 2.5, die entsprechende ISO-Datei. Ich habe das Ganze hier schon heruntergeladen. Wir brauchen MS-DOS in der Version 6.22, wir brauchen VHD-Etage und wir brauchen noch VirtualBox und 7-Zip. Ich habe bei mir jetzt alles schon installiert, also auch VirtualBox in der aktuellen Version. VHD-Etage ist schon installiert und ich habe mir schon die Images von MS-DOS und von Windows 95 bei mir entpackt. Hier ist das Ganze einmal die Disk-Images von MS-DOS und hier unten das entpackte Windows 95 ISO-Image. Fangen wir also an, indem wir hier erstmal VirtualBox starten. Ich mache das Ganze mal etwas größer. Dazu gehen wir jetzt hier oben auf den Button Neu, geben jetzt hier ein passendes, entpassenden Namen ein. In meinem Fall Windows 95, da springt hier unten schon die Auswahl entsprechend um. Dann auf Weiter, die 64 MB RAM können wir dabei lassen. Weiter, weiter. Hier auf VHD-Etage oder beziehungsweise auf VHD. Dann auf Weiter, Weiter. Jetzt das Ganze hier auf unseren Desktop legen. Weiter ist das Ganze hier. Jetzt gehen wir hier oben auf Ändern. Dann hier auf System. Dann hier auf Beschleunigung. Und jetzt hier den Haken rausnehmen bei VTXVMD. Das Ganze nehmen wir raus. Okay. Jetzt nochmal auf Ändern. Dann auf Massenspeicher. Jetzt hier auf Lobby. Jetzt hier auf das kleine Disketten-Symbol. Und jetzt wählen wir uns hier Datei für virtuelle Diskette auswählen. Und jetzt suchen wir uns hier auf unserem Desktop das entpackte Verzeichnis mit MS-DOS aus. Und wählen jetzt hier die Disk 1 an. Okay. Jetzt wird der virtuelle PC hier gestartet. Haben wir das Ganze hier. Ich mache das mal etwas größer. Und jetzt installieren wir uns hier einfach MS-DOS. Eingabetaste. Wieder Eingabetaste. Wieder Eingabetaste. Jetzt beginnt hier MS-DOS die Festplatte zu formatieren. Wieder Eingabetaste. Wieder Eingabetaste. Jetzt hier die Disk 2 einlegen. Dazu hier unten auf das Disketten-Symbol. Rechte Maustaste. Abbild auswählen. Und jetzt Disk 2. Jetzt hier wieder Eingabetaste. Jetzt wieder auf das Disketten-Symbol. Rechte Maustaste. Abbild auswählen. Und Disk 3. Und wieder die Eingabetaste. Jetzt hier wieder die Eingabetaste. Und nochmal die Eingabetaste. Jetzt bekommen wir hier diese Fehlermeldung angezeigt. Das Ganze, das macht nichts. Wir gehen jetzt hier unten auf unser Disketten-Symbol. Rechte Maustaste. Dann hier den Haken rausnehmen. Und jetzt hier oben Virtualbox schließen. Dazu auf das Kreuzchen. Und dann hier Virtualbox ausschalten. Sind wir also hier wieder in unserem Virtualbox-Fenster. Wir können das erstmal hier minimieren. Und jetzt haben wir hier unsere Windows 95 Festplatte. Die Festplatte, wenn VHD-Attach schon installiert ist, brauchen wir die Festplatte bloß noch doppelt auszuwählen. Und jetzt hier oben auf Attach zu klicken. Jetzt wird die virtuelle Festplatte bei uns eingehangen unter dem Laufwerksbuchstaben H. Und jetzt gehen wir mal auf dieses Laufwerk. Also den Explorer hier mal starten. Und jetzt einfach mal auf unser Laufwerk H. Das haben wir hier. Und jetzt erstellen wir uns hier einen neuen Ordner. Rechte Maustaste. Neu. Ordner. Und den nennen wir einfach Win95. Win95. In den Ordner gehen wir rein. Jetzt gehen wir wieder auf unseren Desktop hier. Und wählen uns jetzt das Verzeichnis aus, indem wir Windows 95 entpackt haben. Also indem wir dieses ISO entpackt haben. Das ist bei mir hier das Verzeichnis. Da gehen wir rein. Wählen uns jetzt hier alle Dateien aus. Und schieben alle Dateien einmal hier in unseren Win95 Ordner. Nach dem fertig gehen wir hier einfach mal mit dem Pfeil nach oben. Erstellen uns wieder einen neuen Ordner. Also wieder Neu und Ordner. Und den nennen wir Treiber. Haben wir hier unseren Treiber Ordner. Den brauchen wir später noch. Wir machen das Ganze erstmal hier zu. Gehen hier auf D-Tash. Jetzt wird unser Laufwerk wieder ausgehangen. Und jetzt können wir mit Virtualbox weitermachen. Dazu gehen wir hier oben auf Virtualbox. Und wieder auf Starten. Nachdem MS-DOS hier gestartet ist, klicken wir einmal in das Fenster rein. Dann hier auf Fangen. Wichtig ist, die Host-Taste ist die rechte Steuerungstaste. Damit kommen wir wieder aus dem Fenster raus. Jetzt hier in dieser Eingabe-Aufforderung geben wir ein CD. Und dann Win95. Wir navigieren uns also auf das eben erstellte Verzeichnis. Und jetzt hier einfach nur Setup eingeben. Enter drücken. Nochmal Enter drücken. Rasselt hier kurz Scan-Disk durch. Und jetzt sind wir hier schon im Windows 95 Setup. Klicken hier auf Continue. Und hier einfach auf Next. Next. Jetzt hier den Produkt-Key eingeben. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Jetzt hier die Benutzer-Informationen eingeben. Also in meinem Beispiel Cybertsoft. Und wieder Enter. Jetzt hier den Sound-Treiber, CD-ROM-Treiber und Netzwerkeradaktor anwählen. Next. Jetzt hier wieder auf Next. Jetzt hier auf den zweiten Punkt, dass wir keine Start-Diskette erstellen wollen. Wieder auf Next. Und wieder auf Next. Jetzt hier unten auf Finish. Okay. Jetzt wird Windows 95 zum ersten Mal hier gestartet. Jetzt wird hier noch die Hardware entsprechend eingerichtet. Okay. Jetzt hier entsprechend die Arbeitsgruppe eintragen. Ich mache jetzt einfach nur Arbeit. Jetzt hier entsprechend unsere Zeitzone einrichten. Übernehmen. Okay. Jetzt hier wieder auf Next. Beziehungsweise den Drucker müssen wir nicht einrichten. Dazu gehen wir hier einfach auf Cancel. Okay. Jetzt der nächste Neustart von Windows 95. Haben wir hier unsere Anmeldedaten. Legen wir also hier ein neues Benutzerkonto an. Mit Thomas. Okay. Neues Passwort brauchen wir nicht. Okay. Ging sowieso, wenn du dann einfach auf Cancel gegangen bist. Da hätten wir uns auch anmelden können. Das war damals noch die super Sicherheit von Windows 95. Und da sind wir schon in unserem Desktop. Wir können jetzt hier noch die Endeinrichtung des Internets abschließen. Dazu hier wieder auf Next. Next. Im Aktiv-Desktop hier angekommen, können wir uns erstmal ein anderes Hintergrundbild machen. Weil mich dieser schwarze Hintergrund, der geht mir irgendwie auf den Nerv. Deswegen machen wir das Ganze mal hier, dass das so aussieht. Was wir jetzt natürlich noch nicht drin haben, ist der Grafiktreiber. Und dafür sollte auch vorhin der zusätzliche Ordner sein. Wir fahren jetzt hier Windows 95 erstmal wieder herunter. Also ganz normal das Ganze hier herunterfahren. Und jetzt hier ausschalten. Ist das Ganze hier wieder ausgeschalten. VHD-Attage habe ich jetzt hier noch offen. Wir müssen also nur wieder hier auf den Attage-Button drücken. Da wird das Ganze wieder als Laufwerk H eingebunden bei uns. Gehen wir also hier nochmal auf Laufwerk H. Sind wir hier drin. Und hier haben wir ja vorhin den Ordner Treiber angelegt. Da gehen wir nochmal rein. Und ich habe mir hier in der Zwischenzeit noch den entsprechenden Treiber heruntergeladen. Das ist hier dieses ZIP-Archiv. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir müssen das Ganze jetzt hier erstmal entpacken. Ich mache das hier mit 7-ZIP. Gehen wir hier rein. Und haben hier unten den Unterordner. Und den Unterordner schieben wir uns jetzt hier einfach auf die eingebundene Festplatte. In unserem Treiberordner schließen das Ganze wieder. Gehen hier oben auf D-Attage. Und starten jetzt Windows 95 wieder. Dazu in Virtualbox hier oben wieder den grünen Starten-Pfeil drücken. Und kurz warten bis Windows 95 hier hochgefahren ist. Nach der Anmeldung hier im Desktop rechte Maustaste. Dann hier unten auf Properties. Also auf die Eigenschaften. Jetzt hier auf Settings. Hier unten auf die erweiterten Eigenschaften. Jetzt hier auf Change. Jetzt wird hier die Treiberdatenbank von Windows 95 geladen. Und jetzt hier unten auf Hard Disk. Hier auf Browse. Und jetzt wählen wir uns in unserem Treiberverzeichnis. Das ist hier. Also unser Treiberordner. Hier VBE9X. Da gehen wir rein. Jetzt hier auf den Unterordner Uni. Und hier die Datei muss ausgewählt sein. Dann hier oben auf OK. OK. Wieder OK. Apple. OK. Jetzt können wir hier im linken, wo die 256 Farben stehen, hier unten True Color auswählen mit 32 Bits. Apple. Jetzt muss hier der Rechner wieder neu gestartet werden. Also gehen wir wieder auf Yes. Starten. Windows 95 wieder neu. Nach einem Neustart hier rechte Maustaste. Wieder auf Eigenschaften. Settings. Jetzt können wir uns hier die Auflösung höher schrauben. Geben wir also mal hier drauf. Dann auf Apple. No. OK. Und jetzt hier wieder auf Yes. OK. Und jetzt seht ihr hier, die Auflösung ist dementsprechend größer geworden. Das ist jetzt hier auch schon fast das Größe der Fahnenstange. 16 zu 9 geht jetzt hier mit Windows 95 noch nicht. Zumindest nicht mit diesem Treiber. Falls ihr einen besseren Treiber habt für VirtualBox, dann könnt ihr mir den gerne zuschicken. Oder macht ein Antwortvideo darauf. Da würde ich mich gerne freuen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Ganze hier geholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.